Sie können schnell einen Vorgang erklären oder Informationen vermitteln, indem Sie in Snagit ein Video mit Bildern, Kommentaren und Markierungen erstellen. Am besten klicken Sie dazu im Menü Erstellen des Snagit-Editors auf die Option Video aus Bildern und nehmen direkt ein Video mit aktuellen Bildern aus der Capture-Ablage auf. Sie können stattdessen auch vorab die gewünschten Aufnahmen auswählen. Entweder eine Reihe benachbarter Bilder mit Umschalttaste und Klick oder einzelne Bilder mit Steuerungstaste und Klick. Das funktioniert in der Capture-Ablage, die Sie hier sehen, und auch in der Snagit-Bibliothek. Wählen Sie dann entweder die Option im Menü Erstellen oder rechtsklicken Sie auf ein ausgewähltes Bild und wählen Sie Video aus Bildern erstellen. In beiden Fällen wird Snagit in den Aufnahmemodus versetzt. Dieser ausgewählte Bereich mit dunklem Hintergrund ist die Leinwand. In der Mitte befindet sich ein Capture. Alles, was in diesem Bereich passiert, wird in Ihrem Video aufgezeichnet. Auch Pfeile, Zeichnungen oder Textelemente, die Sie hinzufügen. Unterhalb des Aufnahmebereichs befindet sich die Aufnahmeleiste. Die Standardeinstellungen sind für den Einstieg sehr gut geeignet. Sie können sie aber auch jederzeit ändern. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Zuschauer Audio hören können. Deshalb lasse ich das Mikrofon eingeschaltet. Wenn die Audio-Wiedergabe nicht möglich ist, schalte ich sie aus und versehe die Bilder vor der Aufnahme mit Textanmerkungen. In diesem Video sollen die Betrachter die Mauszeigerbewegungen nicht sehen. Deshalb lasse ich diese Option ausgeschaltet. So werden Anmerkungen und Zeichnungen im Video wie von Zauberhand eingeblendet. Die Hintergrundfarbe der Leinwand kann geändert werden, um die Inhalte hervorzuheben. Öffnen Sie dazu entweder die Farbauswahl und wählen Sie eine Farbe aus der Palette oder passen Sie den Hintergrund mithilfe der Pipette exakt an eine Farbe in einem Capture an. Mit dieser Einstellung wird die Webkamera aktiviert. Das ist praktisch, wenn Sie sich den Betrachtern zeigen oder das Video kurz einleiten möchten. Die Webkamera lässt sich vor oder während der Aufnahme ein- und ausschalten. Wenn Sie eine Reihe von Bildern aufnehmen, etwa um Schritte eines Vorgangs zu erklären, bringen Sie sie zunächst in der Capture-Ablage durch Klicken und Ziehen in die richtige Reihenfolge. Wenn Sie bereit zur Aufnahme sind, klicken Sie auf den Aufnahmeknopf, um die Aufzeichnung ins Nagit zu starten. Beim Erzählen können Sie die Werkzeuge in Ihren Favoriten nutzen, um auf bestimmte Elemente in einem Bild hinzuweisen. Der Zeichenvorgang ist im fertigen Video zu sehen und wirkt ähnlich wie bei Wettervorhersagen oder Sportanalysen im Fernsehen. Sie können Objekte, die Sie gezeichnet haben, auswählen. Obwohl keine Ziehpunkte zu sehen sind, können Sie sie verschieben, in der Größe ändern oder löschen. Mit einem Klick auf die Pfeiltasten wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Bild. Sie können auch auf ein Bild in der Capture-Ablage klicken, um direkt dorthin zu springen. Snagit erstellt eine fortlaufende Aufzeichnung von allem, was im Aufnahmebereich angezeigt wird. Aber wenn Sie etwas Zeit brauchen, um Ihre Gedanken zu sammeln, klicken Sie auf die Schaltfläche Pause und setzen Sie die Aufzeichnung fort, sobald Sie bereit sind. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Stopp. Das neue Video erscheint an erster Stelle in der Capture-Ablage und wird auf der Leinwand angezeigt. Hier können Sie es ansehen und mithilfe der Positionsanzeige einfache Änderungen vornehmen. Weitere Informationen zum Schneiden von Videos in Snagit finden Sie im Tutorial zu Bildschirmvideos. Wenn alles fertig ist, können Sie das Video über die Snagit-Schaltfläche weitergeben, als MP4-Datei speichern oder an ein beliebiges Ziel übermitteln, zum Beispiel Screencast.com oder eine Kommunikations-App wie Slack. und dann können Sie das Video über die Snagit-Schaltfläche weitergeben.